Das muss er sein. Ja. Sam Fisher, darf ich dir Vernon Wykes Jr. vorstellen? Hallo. Hey, ich hab Geschichten über dich gehört. Hoffe, du bist nicht sauer. Hab ihm von deinen Kuwait-Missionen erzählt. Sind doch eine Familie. Genau. Vernon arbeitet schon lange für die NSA. Er wird Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen für dich organisieren. Er ist für deine Versorgung verantwortlich. Großartig. Ja, Mann. Kannst es bestimmt nicht erwarten, wieder in den Einsatz zu gehen, was? Ist halt meine Spezialität. Genau, was wir brauchen. Willkommen bei der NSA. Ich bin mir sicher, dass wir fabelhaft zusammenpassen werden. Third Eccalon ist ein neues Projekt. Wir müssen vielen Leuten etwas beweisen. Okay. Ihr beiden seid unser erstes Team im Bodeneinsatz. Gebt alles. Wir wollen stolz auf euch sein. Willkommen bei der NSA.